Ganz komisch. Lalalalalalalalalala Willkommen zurück zu ne Runde TTT mit Daveas, Shepard, Sabi, Mokka und Syro. Einen wunderschönen und, äh, ja. Ihr wisst Bescheid. Hashtag und überhaupt und ich sag's nicht mehr. Huhu. Hashtag Marco fehlt. Ja, das auch. Und ich Hashtag ich hab keine Waffe. Das ist ja jetzt richtig mies. Hashtag Mokka ist ein riesen Arschloch. Nein, Mann. Hashtag Marco fehlt. Was? Nein. Wieso? Ne, Hashtag ich bin ein Arschloch. Das gefällt mich schon. Hashtag Mokka ist Arschloch. Hashtag ich hab immer noch keine Waffe. Jetzt eine Pistole. Wow. Soll ich in die Luft schießen? Ja, jetzt hab ich was. Hashtag Mokka stinkt. Ich baue ne Waffe. Hast du ne Waffe für mich? Ja, ich hab ne Schroppflüter. Wofür muss man mal, ich will mal kurz schießen, nicht auf dich? Das ist doch kacke, oder? Das ist ein Strikers automatisch erschrocken. Hm? Du weißt warum. Was ist denn? Da sind wir gestorben? Ja. Hier wurde grad irgendwer heftig erschossen. Mokka? Ich lebe noch. Okay. Da wurde einer heftig erschossen. Irgendwo. Ja, ich. Es gibt nicht mehr. Da, wie. Ich hab's vergessen. Warum denn? Ich hab doch nix gemacht. Jetzt war's doch mal. Ne, ne. Hä? Was willst du denn? Du bist die Einste, die hier im Haus ist. Ich war hier oben. Ja, und hier unter dir ist jemand gestorben. Komischerweise. Aber das weiß ich doch nicht. Ich war hier oben. Ey, du hast doch krass selber noch gesagt, hier oben in dem Haus. Ey, Schöpfer. Syro ist tot. Marcel, du hast die Erlaubnis, die zu töten. Äh, wo ist der Detektiv? Kann er noch was kaufen, Detektiv? Kannst du jemanden wieder beleben? Nein. Ich nimm die Leiche jetzt mit. Der muss sich erst Savi für töten. Nein, warum denn? Und Punkte kriegen. So, ich häng die Leiche hier hin. So, falls jemand, wenn jemand wegnimmt, der direkt wegkommt. Warum bist du verletzt, Savi? Weil ich sie angeschossen habe. Ja, gib dir doch den Rest jetzt. Nein, warum denn? Dann gebe ich dir den Rest. Nein. Komm, ich töte dich. Und falls du es wirklich nicht bist, belebe ich dich wieder. Ich denke du... Nein. Doch, das ist fair. So machen wir es, Savi. Das ist überhaupt nicht fair. Aber du hast eben die Waffe weggeworfen. Warum hast du eigentlich die Waffe dann weggeworfen, sage ich? Weil ich... Du musst es so machen. Marcel, was ist der Problem? Äh, Mokka, Mokka, Mokka. Kannst du mal kurz gucken, welche Waffe das war? Dankeschön. Ich gucke mal kurz, welche die weggeworfen hat. Ich wollte doch nur auf die Diegel weg... Was piept hier so? Ja, warte, ich sag's dir. Das ist dem sein Laserschwert. Äh, wo ist die Waffe denn hin? Puh, hatte ich ein bisschen Angst. Die Waffe ist weg. Wo ist die denn hin? Du hast die im Blick, Mokka, ne? Du hast die im Blick, Mokka, ne? Ja, Mokka. Komm, ey, ich hau die jetzt einfach tot. Ich sehe die Waffe... Ich sehe die Waffe leider nicht, also die ist weg irgendwie, keine Ahnung. Alter, was war das? Toreas. Toreas? Toreas. 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 Toreas? Toreas. 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 hab ich schon wieder kein bock drauf denn ja klar alles gut alles gut was macht ihr schon wieder das ich war gerade bei syro lebt doch hoffentlich ja ja ich lebe noch ich suche einen antwort ja nicht dass jemand das nicht dass sie gleich abgewichst wird savi 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 lebst du noch? ne ich bin eine schrohrsprinze savi? 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 ist doch schon wieder ihr habt doch schon wieder alle ihr seid so gegen frauen was habt ihr gegen frauen? weiss ja nicht mal wo also ich war gerade auf jeden fall bei syro ich kann nichts gemacht haben lebt savi noch? ja sie lebt noch ok savi redet noch nicht warum nicht? vielleicht spinnt die mikrosange äh? geht hier auch, oder? ja ja ich brauche ne diegel, das ist super ich habe ne diegel dann suche ich dir ne schaffte ok aber es kann ja sein, dass ich mal ne schaffte wieder ne schaffte nicht ach syro ist der technik, ok 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 lass mich mal bitte durch will ich ungern erschießen ach jetzt habe ich kein licht alter ja auf F oder nicht? F nein, nein ich bin hier savi savi wir gehen aneinander vorbei doch äh eine wir form warum sind wir zwei oben im raum? weiss ich nicht hallo da wärs ne hallo ne hallo weg von mir weg von mir weg weg ich belebe sie jetzt wieder ok ich habe shepard getötet Marcel ist es glaube ich hä? savi es passt bei dir auf guck auf Marcel ja ja ich geh ich geh so wer war savi? shepards ich hab ihn schon ich hab ihn schon ich hab ihn schon ja dann ist es Marcel ja vor allem ich lauf unten rum seh blut weisse Marcel oben bei Daweas Daweas schieß auf ihn wer ist es denn jetzt? Marcel ich weiß es nicht wieso bin ich es denn? was hab ich denn getan? ich hab die sache von ihm was hab ich denn getan? ok du bist dein Ziel ich bin innocent Daweas hat auf äh Dingens geschossen ich hab Mocker getötet hä? Marcel ok ich brauch ne Waffe erstmal lass mich Juro lass mich ok ich hab halt keine Waffe weil es nichts brauchbares ok hei das ist halt so lächerlich ich sag doch das erstes ja aber wieso ich hab doch gar nichts gemacht ich könnte ja auch Traitor Kollegen schießen was ist denn bei dir verkehrt nein einfach mal nachdenken wer hätte es sonst sein können ja wieso da wäre es hätte doch jetzt auf den Shepard schießen können ich hab nur durch ich hab nur durch daran denk ich nicht ja man schießt mal auf seinen eigenen Kollegen dann ist sie mach ich öfters wenn ich Lust hab du alles klar Mocker Mocker strater Mocker strater Mocker strater ich bin dort aus dem Fenster gesprungen weil ich diese Dummheit nicht mehr ausgehalten aber wo war denn die Sabi Leiche weil die hätte eigentlich die Sabi lag unten im Flur glaub ich oder? so nee sie lag beim Haus hinter den Kisten da hab ich nämlich Blut gesehen wenn ich nämlich gucken ich wollte Sabi nämlich gerade bei Steve anschreiben ist dein Mikro kaputt halt dann habe ich erst mal das Blut grad gesehen ja aber das Steam anschreiben ist auch kacke ne das ist ja dann hätte Sabi geschrieben nein und dann ne ist nicht Steam anschreiben ist nur unter Traitern ist doch scheißegal ich weiß nicht mal wie der geht Marcel Marcel ja da wärs da wärs da wärs da wärs da wärs da wärs du hättest das auch sagen können deswegen hab ich doch gesagt dass er es ist ja und ja wollte ich grad sagen das kann doch jeder sagen dass man innocent ist was ist das denn für ne Aussage ja aber dann hätte ich dich gekillt wenn er es nicht gemacht hat versteh nichts mehr das ist doch ne blödsinnige Aussage von wegen wenn wenn einer sagt von wegen ja ich bin innocent er ist Traiter dann könnte ich jetzt auch sagen ok ich bin innocent Mokka ist Traiter Sabi Sabi ist bei mir ja es ist doch sein Problem wenn er nicht schießen ich bin bei der Diener oh Marcel auch was ja aber trotzdem die Aussage von wegen ist safe gewesen das ist doch äh das ist keine safe Aussage für mich war es safe ich bin innocent ich wusste dass du traiter bist wenn ich sage du bist traiter nicht runterschoppen scheißegal dann jage ich dich trotzdem nicht runterschoppen nein 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 Alter waren wir zu viele Leute jetzt nein 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 also mich triggert das jetzt so sehr Sabi ja mich auch ja mich auch hier Mokka du Drecksack Mokka ist es alter wo ist der ja ich bin es ich bin es auf jeden Fall äh lass es Shepard dich hol ich mir lebst du noch hey Mokka ist doch äh äh Shepard bitte komm geh bitte Shepard ja ich geh Mokka ist doch direkt hä 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 Savi war es sorry ich hab ich hab nie gedacht hohohoho sorry sorry also ich bin Shepard du weißt dass ich safe bin jetzt ne Shepard Shepard hat übrigens den Boomerang aufgenommen ich hab den Boomerang ja ich bin safe Shepard hat es gesehen Marcel alter ja oh nein du Trottel was ist das eine hohle Birne oh oh fick dich oh ne Marcel du bist mir voll in den Boomerang gelaufen ey das war so fies ey äh Sabi ich kann nichts dafür ich hab gedacht Shepard dreht sich gerade und will auf mich schießen weil ich jemand schießen gehört hab und du kommst in die Ecke weil ich kein schießen will das war geil ich fand's ja gut dass sie den Detective alleine runter gehen lässt ne weißt das Ding ist ja gut ähm das Ding ist dann wirft er den Boomerang und ich lauf halt da rein das ist äh ja das war das war ein bisschen dumm ja ich kann doch nicht wissen dass du den Boomerang werfen willst man ja natürlich wenn da ey der hätte da in dem Flur ja richtig Sinn gemacht eigentlich der wär dann ja der hätte eskaliert der hätte mich auch fast getroffen grad jetzt noch oh scheiße ey er ist an seinem Kopf vorbei miese Brise ey so eine Kacke also der Kill der war schon richtig cool aber irgendwie halt wirklich Lack das Hund das Schubsen hat mir auch gefallen ja das glaub ich dir das aber aber ich muss ich also Sabi ich muss wirklich zugeben ne hätte das der Mokka nicht gemacht ne dann hätte ich war auch kurz davor wirklich dann hätte ich das getan dann hätte ich das getan ja ich wollte auch also sonst hätte ich's drück gemacht also irgendwer hätte es safe getan es hat mich so getriggert äh Mokka vorsichtig ja das mir ruft bitte danke da wärs ja bitte was läuft's denn da so mit der Striker so extrem hinter dem Kollegen her ich kann auch die hinterher noch unterlegen warum ist hier jemand tot wo ist jemand tot was jetzt schon Mokka jetzt schon ach nee also ich hab äh Dingens äh hier so wie gekillt warum die hat halt mich geschossen halt dann kill ich die ja so wie mich vorhin ne ja wenn sie sauer auf mich ist Digga was soll ich machen Mokka ist der für Mokka töten ja ja das hat Mokka vorhin schon in der Runde gemacht alter ja dann killt mich doch alter los ja Syro mach du's warum mich ja ok Mokka ja ok Mokka voll Idioten nein ist der tot? jo komm Marcel wo bist du? in Ruhe hä? lass mich in Ruhe ja ich sag komm Marcel du musst traitor jetzt komm ja natürlich ist er das lass mich in Ruhe hab ich gesagt ja gut ja gut ja ja gut ne ja keine Ahnung das hätten wir jetzt vier Minuten hätte ich mich jetzt verstecken können oder Mokka ja das kann man mal so machen was ist der Mars Kolon haben wir das schon gespielt Kolonni? ähm so das war's von uns wir sehen uns in der nächsten Folge war ja eigentlich äh recht äh 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 naja kurz wie immer ähm ja ja bis zum nächsten Mal tschau mit Frau Cimere und überhaupt so pfff tschau mit Frau Cimere